ALMAS SIVA Hallo Kristen Frau Freunde, wir werden heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal, ich kann den Satz schon nicht mehr mal richtig sprechen. wir hoffen der Mos Shisha Mos Wanted M1, in grün dazu der WERK Luego bei Katalog Lotus 1 Plus im 3-Toke Kotchor C26. Und wir haben heute den Ana Bahaibag. Nein, natürlich nicht. Laut Google translator heißt das ganze Ana Bahaibag Anabaheba, das ist die neue Sorte von Almasiva, heißt um genau zu sein, ich liebe dich von einem Mann zur Frau, soweit ich weiß, wurde mir erklärt, das ist die neue Sorte von Almasiva, eine heiß erwartete, genauso auch wie der Nasib und es wird auch viel über die geredet. Was soll der Anabaheba sein? Der ist überwältigend Mundgefühl eines frischen grünen Apfels überzogen mit knackig süßem Knarrötter Zuckerklausur, ist der neue Hit beim Shisha auch. Eine absolute Neuheit auf dem Markt, wer unsere aromatische süßliche Tabak-Sorte Bruderherz mag, ich guck da mal keinen an, wird sich in den Liebesapfel verlieben. Hat da jemand an mich gedacht, als er den Text geschrieben hat? Also das ist schon, da bin ich immer sehr gespannt, ob er hier so überzeugt, wie der Bruderherz mich damals überzeugt hat und wie sieht das Ganze aus vom Schnitt, das Ganze mittel bis fein, ich blende euch wieder den Kopfbau ein, wie ich im Werkbundshäus gebaut habe, das Ganze. Ansonsten Schnitt ist wie immer, sieht gut aus, kann man mit gut bauen und vom Geruchlichen riechst du definitiv eine säuerliche grüne Apfelnote raus. Das ist auch wirklich so das Hauptaugenmerk hier drin, also du riechst wirklich eine rein säuerliche grüne Apfelnote drin und das Ding ist, ich mag grüne Apfel sehr sehr gerne zocken, es gibt in meinen Augen zu wenig grüne Apfel auf dem Markt, es gab ja jetzt, es gibt ja so ein paar auf dem Markt, den Bonny und Clyde, dann gibt es ja den Aquaminta Red & Green, den Bonny und Clyde habe ich da noch nie geraucht, bisher immer noch nicht und den Red & Green, da war ja rote Apfel mit drin und hier haben wir einen reinen grünen Apfel, ich liebe reinen grünen Apfel Tabak. Du hast dazu sowas leicht Pelziges würde ich fast sagen, was nicht negativ gemeint ist und vielleicht noch so eine ganz kleine süßliche Note im Geruch, aber eher säuerlich plus was leicht Pelziges. Gucken wir mal, ob wir was Pelziges, was Ablegendes im Mundraum haben, ist immer ganz nice, weil so merkst du richtig so die Stärke und das gibt nochmal so einen kleinen Kick, weil das bedeutet langanhaltender Geschmack im Mund und das ist ja was Nices, deswegen schauen wir uns das mal ganz hier an. Ich kann das nicht so perfekt aussprechen, bei mir hört sich das wahrscheinlich an, so wie wenn ich Englisch rede, für einige, die der Sprache mächtig sind, ich glaube das ist Arabisch, ich will nichts falsch sagen, aber ich glaube es. Ja, sehr sehr wild, wie ich das ausspreche. Probieren wir mal das ganze Ding mal. Vom Rauch ist jetzt nicht so übertrieben, ist gut, aber ist jetzt nicht so übertrieben, muss ich aber dazu sagen, der Kopf ist locker schon eine halbe Stunde an. Das liegt aber einfach daran, weil man kennt es, man bereitet alles vor, will anfangen, dann wird man auf einmal angerufen und man will ja nicht ablehnen. Deswegen, ja, ist ja jetzt schon eine halbe Stunde an, ich habe den aber auch so schon ein paar Mal geraucht, deswegen kann ich dazu auch was sagen. Ich habe ihn auch nebenbei beim Telefonieren geraucht. Vom Rauchtechnischen, typisch an Massiva, raucht sehr sehr gut das Ganze, jetzt gerade eher nur gut im Video, aber er raucht sonst immer gut. Ich kenne es vom Blau, ich vom Bruderherz, die liebe ich ja übertrieben. Und bei dem Anna Barheback, muss ich eigentlich schon eingangs sagen, es ist für mich der drückbeste an Massiva Tabak da. Es halt einfach persönlich meinen Geschmack trifft. Es ist eine sehr geile Apfelnote, ein wirklich säuerlicher Apfel. Er könnte in meinen Augen stärker sein, das ist mein Kritikpunkt hier an dem Tag. Er könnte in meinen Augen stärker sein, könnte aber wahrscheinlich dann wieder umkippen und für einige zu intensiv sein von der sauren Note. Es ist wirklich ein knackiger, grüner Apfel, der einen säuerlichen Ton hat. Dazu so eine leichte Süße, die sich im Mundraum abblickt. Und das Verrückte an dem Tabak ist, dass du wirklich im Mundraum etwas Benetzendes über die Lippen hast, so über die Zunge, am meisten über die Zunge, so was langanhaltendes, leicht pelziges in Anführungszeichen, so was wirklich was benetzt über die Zunge hinweg, was so den langanhaltenden Geschmack bringt. Und das finde ich zum Beispiel, habe ich immer früher bei Limettentabaksorten und bei sauren Apfelsorten gefeiert. Das ist für mich, was ein grüner Apfel auch sein muss. Und eigentlich auch in die Limettentabak, du musst den Geschmack noch länger schmecken, weil das früher möglich war. Das muss für meine Augen heute auch möglich sein. Und das ist hier möglich, beziehungsweise ist hier so, dass du wirklich das noch, ich schmecke wirklich, es ist zwar nur noch so 5%, ich schmecke aber immer noch beim Reden diesen Apfelgeschmack. So und das feiere ich, wenn das langanhaltende Mund ist, dass du auch wirklich länger was von hast. Und nicht nur du pustest aus und weg ist der Geschmack, sondern du hast wirklich immer noch was langanhaltendes drin. Er ist einfach, das war auch damals im Stümsel gewesen, wir hatten eben im Stümsel das erste Mal geraucht, ich habe 10 Züge genommen und habe direkt gesagt, das ist für mich die drittbeste Almasiva-Sorte. Aus welchem Grund? Aus dem Grund, weil es halt was nicht typisches ist. Es gibt grüne Apfeltabaksorten und es gibt Apfeltabaksorten, ja, aber es ist so was anderes von Almasiva. Der Ghetto-Kohle war gut, aber hat mich nicht so aus den Socken gehauen, handgemacht und illegal war auch gut. Ich habe den zwar nie vorgestellt, aber hat mich nicht so ganz aus den Socken gehauen, weil mich diese Kiwi-Note nicht so ganz geturnt hat. Aber hier wirklich von der Apfel-Note ist das halt so Bruderherz, komplett eigenes Alleinstellungsmerkmal. Wenn nicht, deswegen feiere ich den Bruderherz, so wie er da ist, gibt es den in meinen Augen kein zweites Mal auf dem Markt. Ich liebe den Bruderherz. Dann den Blaulicht, so wie er ist. Ihr habt meine Top-Tabak-Sorten, das war das letzte Video von mir, da war auch schon Blaulicht drin. Und jetzt noch der grüne Apfel. Also es sind für mich die beiden, äh, die drei stärksten Almasiva-Sorten. Zwar braucht die Tabak-Sorte noch, bis wirklich der dritte Platz, die drittbeste Sorte gefestigt ist, aber sie ist auf einem guten Weg dann. Ich habe die jetzt erst viermal geraucht und es ist so geraucht und direkt für geil befunden. Und das, wenn das für mich eine Sorte erreicht, dann ist sie wirklich top. So, und das hat die Sorte bei mir geschafft. Also deswegen, ich kann wirklich nach meiner Meinung, kann ich den empfehlen. Ich mag ihn, ich feiere ihn, habe keinen Drücken. Es wird denen nachgesagt, dass sie einen Drücken haben. Habe ich eigentlich nicht. Muss ich dazu sagen, wenn ihr einen Drücken habt, genauso auch bei dem Nasib. Ich nehme bei dem Nasib schon was vorweg aus dem Video. Gebt denen ein bisschen weniger Hitze am Anfang. Ich habe das auch gehabt bei dem Nasib. Drei Kohlen, fünf Minuten stehen lassen, ersten Züge, hast du einen Drücken im Hals, nimmt die Kohle raus, die dritte, oder vom Kaminaufsatz nimmt die dritte kurz runter, wartet kurz, oder nimmt nebenbei Züge, pustet ein paar Mal aus. Dann erholt sich der Tabak ein bisschen und dann geht er echt die ganze Zeit runter. Hatten wir genau, ein Stanz und Stream, alle Leute, die im Stream dabei waren, können sich erinnern. Das war, glaube ich, der am 30.12. Und ja, das noch dazu gesagt, falls ihr den Drücken habt, also ein saurer Apfel mit etwas sehr vollmundigen dazu. Er könnte saurer sein, aber er ist so schon sauer genug in meinen Augen. Ist jetzt nichts, weil ich sage, das ist ja echt ein Witz hier. So ist es definitiv nicht. Aber ich mag halt manchmal einfach dieses Extreme und muss einfach dazu sagen. Aber trotzdem schon sehr, sehr sauer. Das Ding, gute Sorte, gefällt mir, hat einmal Siva wieder was Gutes rausgebracht. Das macht ihr mit dem Anna-Bach-Hebbak oder Anna-Bach-Hebbak. Und ja, ansonsten war es das von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch.